Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Im heutigen Video soll es einmal um einen Vergleich der beiden Akku-Teleskopscheren der Marke Gardena und Bosch gehen. Du erfährst, wie und wofür man die Heckenscheren verwenden kann, was für Features sie haben und wie die beiden Produkte in einem Praxistest abschneiden. Viel Spaß beim Schauen! Eine akkubetriebene Heckenschere hat gegenüber einer motorbetriebenen Heckenschere den Vorteil, dass man keinen Kraftstoff verbraucht. Ein weiterer Vorteil der Akku-Heckenschere gegenüber einer motorbetriebenen Heckenschere ist ihr leichtes Gewicht. Im Gegensatz zu einer Elektro-Heckenschere braucht man kein lästiges Kabel hinter sich herziehen und auch die Gefahr des Durchschneidens fällt weg. Man braucht keine Steckdose, keine Kabeltrommel oder sonstiges. Kommen wir zunächst einmal zur Ausstattung und den technischen Daten der beiden Akku-Teleskop-Heckenscheren. Beide Modelle werden mit einem 18 Volt Lithium-Akku betrieben. Gardena gibt zudem die maximale Laufzeit des Akkus mit einer Stunde an. Beide Hersteller versprechen eine Flächenleistung von bis zu 200 Quadratmetern. Das Schnittwerk von Bosch ist 43 cm lang, das von Gardena 1 cm kürzer. Die maximale Arbeitshöhe beträgt bei Gardena 3 m, bei Bosch sind es ebenfalls knapp 3 m. Beide Heckenscheren kommen in separaten Bauteilen, dem Teleskopstiel, dem Akku mit Akkuladegerät und dem Schneidkopf. Bei der Teleskopheckenschere von Bosch ist zusätzlich ein Gurt enthalten, den man am Teleskopstiel befestigen kann. Das Zusammenbauen gestaltet sich bei beiden Teleskopheckenscheren als einfach. Hierzu wird der Kopfteil einfach auf den Teleskopstiel gesteckt und mit Hilfe eines Drehverschlusses gesichert. Der Teleskopstiel lässt sich bei beiden Modellen stufenlos ausfahren. Bei der Heckenschere von Bosch besitzt der Teleskopstiel zusätzlich eine Art Rückdämpfung, sodass das Herausfallen des Stiels verhindert wird. Beide Schneideköpfe lassen sich in mehreren Abstufungen einstellen. Hierzu drückt man von beiden Seiten den Druckknopf. Der Schneidkopf rastet dabei an der nächsten Stelle mit einem Klick ein. Allerdings ist uns aufgefallen, dass der Arbeitswinkel beim Gerät von Bosch leichtes Spiel hatte. Somit wackelt der Schneidkopf bei Druck leicht hin und her. Abgesehen davon machen die beiden Teleskopheckenscheren jedoch einen stabilen Eindruck. Der Akku von Gardena besitzt eine Anzeige mit drei Ladeleuchten. So kann man auch während der Arbeit mit dem Gerät kurz schauen, wie viel Saft der Akku noch hat bzw. wie lange er noch geladen werden muss. Hierzu drückt man einfach auf den Anzeigeknopf. Der Akku von Bosch lässt sich leicht auf das Akkuladegerät stecken. Allerdings besitzt der Akku keine Anzeige, weshalb man während des Einsatzes nie genau weiß, wie lange der Akku noch hält. Beide Teleskopheckenscheren besitzen einen Messerschutz. Der Messerschutz von Bosch wirkt dabei stabiler als der von Gardena. In unserem Funktionstest haben wir beide Heckenscheren für das Schneiden einer Buchenhecke verwendet. Hierbei lässt sich mit beiden Geräten gleichermaßen gut arbeiten. Beide Teleskopheckenscheren liegen gut in der Hand und sie lassen sich gut führen. Auch das Schnittbild sieht bei beiden Heckenscheren gut aus und sauber. Zudem verhaken sich die Messer nicht. Der Teleskopstiel ist bei beiden Geräten fest verankert. Dadurch, dass das Gerät von Bosch noch mit einem Gurt zum Tragen über die Schulter hat, lässt sich das Gewicht der Heckenschere besonders gut verteilen. Bei beiden Teleskopheckenscheren konnten wir mit sicherem Stand vom Boden aus arbeiten. Auch das Heckendach konnten wir leicht erreichen. Kommen wir nun zu unserem Fazit. Im Prinzip sind die beiden Teleskopheckenscheren recht gleich aufgebaut. Die Montage lief bei beiden Modellen reibungslos. Bei dem Gerät von Bosch ist lediglich ein Gurt als zusätzliches Bauteil beigefügt. Was uns bei dem Gerät von Bosch allerdings negativ aufgefallen ist, dass der Scherenkopf leichtes Spiel hatte und nicht in einer starren Position verblieben ist. Es wackelt ganz leicht hin und her. Auch, dass der Akkustand zwischenzeitlich nicht anzeigbar ist, wie bei dem Gerät von Gardena, werten wir jetzt Nachteil. Insgesamt würden wir die Heckenschere von Gardena empfehlen. Sie hat uns im Einsatz etwas besser gefallen, da sie sehr stabil ist und der Akkuladestand kontinuierlich kontrolliert werden kann. Lediglich der Schwertschutz ist uns negativ aufgefallen. Wir haben zu den beiden Teleskopheckenscheren noch jeweils Einzelvideos erstellt. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auf unserem Magazin unter gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal!